Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Was hat sie denn hier stehen? Eine blaue Geige? Wow. So, wir müssen mal gucken, was wir heute machen können. Sag mal, du stinkt hier. Du könntest mal... Ey, Alter. Wirklich, weißt du? Sehst du, dass du unter die Dusche kommst? Du gehst jetzt nicht so ins Bett. Auf gar keinen Fall. Geh unter die Dusche. Heute noch. Was hat sie denn für ein Problem? Sie fühlt sich sehr unwohl, weil... Muss dringend pieseln. Ja, muss runtergehen. Unten ist ja auch noch eine Toilette, ne? Wo ist eigentlich der Knirps? Eben ließ ich Sims 4 übrigens nicht starten. Es gab jetzt inzwischen Update. Jetzt geht alles soweit wieder. Mods musste ich wieder aktivieren. Aber soweit ist alles jetzt schön. Ich habe schon gedacht, ich müsste die Folge für heute ausfallen lassen. Aber das hat ja noch geklappt, ne? Angespannt. Pass auf. Ihr müsst euch... entspannen erst mal, ne? Warum rennst denn du jetzt runter? Die kommt doch wieder hoch. Was will er denn? Sie von hinten begatten oder was? Wo will er jetzt hin? Aber weißt du, weißt du, was du, Marvin? Du kannst auch mal. Du kriegst eine ganz schöne Wampe. Hier, Abflug. Training. 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 Unglaublich. So, die beiden wanderten in der Kiste. Mit Schuhen. Ja, ne? Ist klar. Lena schläft. Hat auch einen Homeoffice-Job. Lena schläft. Na, guck an. Och, es wurde nicht verhütet bei den beiden. Ganz ehrlich, es würde mich wundern, wenn von denen jetzt eine schwanger wird. Das sind zwei Damen. Das kann... Na gut, bei den Sims ist vielleicht alles möglich. Aber... Jawohl, ja. Guck mal, ob unten was zu essen steht, was du dir schnappen kannst. Hier ist noch was Gutes. Guck mal. Das ist auch noch in Ordnung. Das andere da ist nicht mehr. Dies ist noch gut. Oh, das ist auch nicht mehr gut. Scheiße. Aufräumen. Und zwar ganz schnell. Dann wirst du... Kochen. Nämlich die Familiengröße. So, ich hoffe, du bist schneller als dein Sohn. Was sieht der denn aus? Okay, da kommt sie. Da ist er. Ich höre ihn. Also kann er nicht mehr so weit weg sein. Okay, sie kocht was. Das ist natürlich auch praktisch. Dann kann er im Prinzip... ...auch davon dann was essen, wenn sie fertig ist. Sieht im Moment ein bisschen eklig aus, was du da machst. Jetzt wird's wieder Fisch. Das ist schon verwunderlich. So, pass auf. Lena mit Bauch. Ja, perfekt. Äh. Okay. Sie hat nur für sich erst gemacht. Kann man ja machen. Würdest du die Freundlichkeit besitzen und dein Kram endlich mal fertig machen? Warum steht ihr ja alle rum? Ah, toll. Ich hätte alles weggefressen. Okay, du darfst das. Genau, jetzt kommt er auch angedackelt. Wunderbar. Also. Oh. 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 So, Pimp, ein Gericht nehmen. Aber man muss ja mal sagen, mit Waschen haben die es nicht. Übrigens, Däumchen wäre ein Träumchen, Abo noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Was ist los, Sammy? Hau rein! Sonst kommt die Olle vom Jugendamt und casht dich wieder weg, weißt du? So, wo dackelt er jetzt hin? Das ist ja ein Halt, Fitter hier. Diese Mütze! Er fand den Witz nicht lustig. Alter! Ey, das stinkt bis hierhin, ey. Junge, junge, junge. Was geht ab hier? Wo will sie denn jetzt hin? Wo ist sie hin? Wow, es gibt echt viel zu beachten, um sich an ein Kind zu kümmern. Egal, ob du das schon mal getan hast oder nicht. Menge an Informationen ist zu überwältigen. Lena konzentriert sich sehr alles auf. Die sind zum Elternschaftskurs, okay. Und der da? Oh, oder wie? Ist Lena schon wieder da? Ja, Lena ist schon wieder da. Wo ist er? Wer ist noch da? Okay. Okay. Man kann nichts verbessern im Moment. Da auch nicht. Gut, von dem Kurs haben wir jetzt nicht viel mitbekommen, aber... Elternschaftskurs. Na ja. Was treibt er denn? Da macht doch jeder seinen eigenen Kram, ne? Der ist auch irgendwo hier rum. Und der hier rum, wo auch immer. Wo ist der? Ach, da! Textet Alexa zu. Nette Familie haben wir hier, oder? Muss man mal so sagen. So, er kommt die Treppe hochgestärkst. Das plätschert ihn hier. Komm, reparier den Scheiß mal. Danach kannst du den... den Müllner aufwischen. So, Sammy geht ins Bett. Ein eigenverantwortliches Kind. Das will doch was heißen. Tuning-Teile hast du bekommen. Na, dann kannst du ja vielleicht demnächst mal irgendwas verbessern. Wer weiß das. Wie ein... Wie ein Champion-Pieseln. Kann man da was dran verbessern? Überragende Spülung, okay. Okay. Ja, aber liebe Freunde, wir gucken uns doch gerade an, wie ein Champion pieselt. Und dann lassen wir es für heute gut sein. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne, wenn der da gleich mal fertig ist, let the show begin. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.